Ich bin Skorpion-Dippens. Ich seh die schon wieder nicht mehr. Ja, Entschuldigung. Schon wieder drauf. Ich weiß grad gar nicht, wie du bist. Ist das? Oh, ich kann hier nur ein Zuge. Ja, das wird ja langsam alle strahlen, ne? Das wissen es bald alle. Ich weiß nicht, wie du bist. Ich weiß nicht, wie du bist. Ah, ah, ah. Diese blöden Putten. Was ist die jetzt? Ah, okay. Aber der war doch jetzt nicht tot. Der Rundschaft freigeschaltet. All your base. Aber wie lange. Hm, den Rest konnte ich nicht lesen. Laut und klar. Just encountered a warship. Scared it off, though. Huh, they're escalating. Tell me something I don't know. Sorry, just thinking out loud. The scientists were able to decipher a map. Apparently there's another Syrian chamber beneath the Great Pyramid. The map calls the pyramid the tomb that hides a tomb. Ah, mumbo jumbo. My favorite. Here's the weird thing. There's no direct way in. The map just shows this isolated bubble. The words on it say, the Sphinx is the key. Whatever that means. I think it means the Sphinx is the key. Now if you'll excuse me, I'll have to blow up a big stone kitty. Sam, the scientists are almost positive we can figure out a solution. Tell them I already thought of one. Sam, you can't blow it up. It's a priceless artifact. You'll just have to film it. Sam, this is ridiculous. You can't. You can't. I'll see you. Nice level. Yeah, well, yeah. Der schweigende Rätselsteller. Was is the name? Not the Gag with Horst. No. That's the Horst. Oh. Hahaha. Sam, hast du noch den Sphinx erreicht? Naja, fast. Oh, schön. Andere Richtung Tobi. Ja, ich schau gerade nur das Auto an, das so übelst abgefuckt irgendwie gar nicht in die schöne Sand-Textur reinpasst. Da hätten wir mal lieber die Abwrack-Cremie benutzt, damals, bei diesem Auto. Aber so eine Art Laptop, geil. Soll ich mal da hinterlaufen? Da waren doch in den anderen Teilen von Serious Sam immer irgendwelche... Genau, lauf mal zurück. Ja, da waren immer irgendwelche Secrets oder so. Hä? Okay. Okay, 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 ich komme wieder. Was ist denn das? Ja. Darum bin ich jetzt auch schön brav hier stehenbleiben. Okay. Gut. Ja, da sollte ich aufpassen. Wenn du da hannes Sand ausmachst, kommt immer der scheiß Wurm da. Ah, okay. Ja, dann... Jo. Lauf du mal. Ich geh wieder zurück. Was sieht aber schon leicht episch aus, das Ding. Fisch. Hahaha. Wow. Oh, woher geht's? Oh ja, da hannes jetzt hier hoch. Ja, das sieht eigentlich echt schön aus. Ja, das sieht eigentlich echt schön aus. Dieses, dieses Dörfchen. Soll ich das anders trapezieren auch noch? Nein, ich meine es sieht einfach nur schön aus. Ja, das sind Löwchen-Tapete. Im Vergleich zu den anderen Teilen, ähm, haben sie jetzt halt ein bisschen außenrum weggelassen an Begrenzung. Ja, die Löwchen-Tapete. Sack. Ja, aber ich seh dich nicht. Ich, ich sammle hier nur schnell noch an. So. Ich komme zu dich. Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum. Irgendwie hört sich das jetzt die ganze Zeit an, als würde ein Eifer ohne Hintergrund klingeln bei dieser Musik. Ich muss mal genau hinhören. Ja, genau. Falls von euch nochmal jemand eine Idee kommt, was wir sonst noch spielen könnten oder andere Forscher, andere Egenöne für uns zu sagen, einfach in die Comments schreiben. Genau. Einfach unten rein. Wir suchen generell irgendwie Koop-Spiele, dass wir euch auch Team-Action zeigen können. Das macht uns nix einfach. das macht uns auch immer Spaß ja so ein blauer über was redest du? achso das fliegt da vorne ähm ja wir freuen uns auch über die Ticket in den Kommentaren wir freuen uns über Spielwünsche und ähm ja demnächst wäre noch ein paar schöne und 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 schau mal rechts oben drin da ist und 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 wo denn? da in der Kratzenleuchte war da mal geschwind ah ok ich schau mal schnell nach ist das irgendein KC? denn eigentlich sind wir nicht privat aber das geht immer rein ja eigentlich schon also normalerweise sollte hier ja nichts reinkommen oder? wow super sandwurm wahl wahl ja ist ja gut sandwahl wahl keine ahnung verstehe ich nicht warum das sandwahl heißt oh was ist das? ging das gerade kaputt dieses Kittel übrigens ja da kann der Rennpultrückwörterung wo denn? oh Tatsache ja können wir den irgendwie kicken oder so wie kommt der bitte schön hier rein? ich hab keine ahnung vielleicht in den Server einstellen dass du da ähm private einstellen kannst ok ok ja jetzt musst du doch eigentlich gleich ah jetzt ist er weg ok das ist eigentlich ein faux pas der nicht passieren würde faux pas? ja ne eigentlich nicht ähm wir bitten dies natürlich zu entschuldigen ne wir ich hab keine ahnung wie der jetzt reinkommen konnte nein eigentlich nicht nein eigentlich nicht ich hab das alles auf ähm ähm privat gestellt ja sag ich ja eigentlich eigentlich sollte er nicht reinkommen ja wirklich oder ist es noch irgendwie anders möglich keine ahnung vielleicht das könnte auch mal nicht sein vielleicht das könnte auch mal nicht sein eigentlich nicht ne pfff ist doch egal jetzt ist er weg ja vielleicht was kostet mir Jonas mal wieder mal da nicht reingucken haha ja aber dann wirds ja nicht und 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 anzeigen sondern zwar nicht mehr ja vielleicht kommt keiner rein mir Jonas ist der einzige der gespielbar schmacht äh ja aber frag mich mal was los geht ja 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 aber es ist privat aber da kommen nie welche rein wie man in der F.L. sind na gut vielleicht hast du ja jemand mit und 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 in der F.L. keine ahnung ja egal jetzt ist er jetzt mal ja ist ist ja gut ooooh ich hab ein bisschen wenig in den Zuge heute oh oh hier rein zu gehen rechts ok eins verdammt ok und Handpistole oh oh